Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 5. April Am ersten Tage der Woche, sehr früh, kamen die Frauen zum Grab und trugen die Spitzereien, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein abgewälzt von dem Grabe. Lukas 24, Vers 1 und 2 Was ist denn wohl aus den Spitzereien geworden, mit denen die Frauen am Ostermorgen den Leichnam Jesus salben wollten? Sie hatten sich diese Salben sicher viel kosten lassen. Was ist daraus geworden? So kann man nun weiter fragen. Was ist denn aus den Geldhäuflein und den Kassenbüchern des Zöllners Levi geworden, als er von Jesus gerufen wurde, aufstand und ihm nachfolgte? Und was ist aus den Schweinen des verlorenen Sohnes geworden, als er sich aufmachte, um zu seinem Vater zu gehen? Und was ist aus dem Abendessen der beiden Emmaus Jünger geworden, als ihnen die Augen geöffnet wurden und sie den auferstandenen Jesus erkannten? Da liefen sie eilig nach Jerusalem zurück, um den anderen Jüngern zu sagen, Jesus lebt! Und was ist aus den Netzen und dem Boot des Petrus geworden, Als der Auferstandene ihm am See Genezareth erschien und ihn zur Nachfolge und zum Zeugendienst verpflichtete? Ja, was ist aus all dem geworden? Wir wissen es nicht, aber das dürfen wir wissen. Wenn der Auferstandene Erlöser in ein Leben einbricht, dann bleibt manches einfach zurück, was uns vorher unendlich wichtig war. Dann bleiben alte Freundschaften, dunkle Beziehungen, unsaubere Geldgeschäfte und manche Gewohnheiten auf der Strecke. Denn wer die Hand an dem Pflug legt, sagt Jesus, und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Es bleibt vieles zurück, weil die Macht seiner Erlösung und herrlichen Gegenwart mächtiger ist als alte Bindungen und Werte. Herr, überwinde unser Herz ganz. Amen. Herr, überwinde unser Herz ganz. Amen. 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 Amen.